den charge trägt sie nicht zum spaß die ist gerade operiert worden ja eins muss ich meiner möglichkeit lassen die hat ordentlich kondition ja bei der jahreszeit kein wunder ich hoffe euch geht es besser ja falls euch der kanal fällt würde ich mich freuen wenn dann abonniert ich lade wöchentlich neue witze für euch hoch bis dann tschüss